Wo stehst du? lautet die oft gestellte Frage, auf welcher Seite ich angesichts der vielfältigen Konflikte weltweit entstehe. Meine Antwort ist immer dieselbe, bedingungslos an der Seite Österreichs. Denn Österreich ist meine Heimat, hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich. Auf diese Republik habe ich als junger Wehrdiener und später als Parlamentarier einen Eid geschworen. Hier wurde ich sozialisiert. Die Kultur und die Traditionen sind meine. Dieses, unser Österreich, verkörpert meine Identität. Und die vielen Österreicher, die hier leben, sind durch die sprachlichen, kulturellen und historischen Fäden miteinander eng verbunden. Ich lebe in diesem Land, mit diesem Land und das Land lebt in mir, in uns Österreichern. Wahrer Patriotismus lässt sich in einem wunderbaren Satz der Schweizer Dichters Gottfried Keller beschreiben. Achte jedes Mannes Vaterland, aber das deinige Liebe. Und so liebe ich dieses Österreich, diesen Flecken wunderbarer Erde inmitten Europas. Am heutigen Nationalfeiertag gilt es aber nicht nur die Liebe zum eigenen Land zum Ausdruck zu bringen, sondern viel eher darum, die Gefahren für unsere Nation, für unsere Gesellschaft klar und deutlich auszusprechen. Aus den Wirren der Weltkriege haben wir uns entschieden, die Neutralität Österreichs unverbrüchlich zu leben. Alle Verantwortungsträger des Landes haben einen Schwur auf die Verfassung und damit die Neutralität abgelegt. In dieser Verfassung ist die Neutralität verankert als Grundbaustein des modernen Österreichs. Wenn quer durch dieses neutrale Land und der Duldung der Regierung Waffen in Kriegsgebiete transportiert werden, wenn sich die Regierung an den Hals von Kriegsparteien wirft, Steuergeld Kriegsparteien oder Terroristen zur Verfügung stellt, ist das ein Verrat an diesem Grundsatz der Neutralität. Wenn Regierungen und Parteien die letzten Jahrzehnte gegen den Widerstand der Bevölkerung unser Land mit religiös motivierten und extremistisch politisierten, aggressiv sozialisierten Subjekten unterwandert haben, die nun ihrerseits ganz ungeniert und öffentlich die Werte unseres Landes infrage stellen, uns den Frieden rauben, uns in Konflikte ziehen, dann hat diese Regierung den Eid auf unser Land mit Füßen getreten. Kriege gab es immer. Kriege wird es leider immer geben. Wir Österreicher haben aus zweifürchterlichen Weltkriegen gelernt, auf den Gräbern der Toten einen Schwur auf Frieden geleistet. Immerwährende Neutralität bedeutet immerwährend der Friede. Immerwährende Neutralität verbietet uns nicht sicherheitspolitische, geopolitische, wirtschaftspolitische und außenpolitische Interessen zu vertreten. Ganz im Gegenteil. Die Neutralität zwingt uns dazu, ausschließlich österreichische Interessen international zu vertreten. Wir sind dazu verpflichtet, ausschließlich die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher zu vertreten. Die Neutralität verbietet uns, der Lakai, der willfährige Befehlsempfänger anderer Nationen oder Institutionen zu sein. Wir sind nicht die Marionetten von Washington oder Moskau. Wir sind nicht die nützlichen Idioten von Brüssel oder Berlin. Ganz anders sieht es hingegen die Regierung. Aus eigener Schwäche, politischer wie intellektueller Schwäche, neigt die Staats- wie Regierungsspitze dazu, sich immer einen großen Bruder, einen vermeintlichen Beschützer zu suchen, sich diesem Feig und klein zu unterwerfen. Das ist das Gegenteil von Neutralität. Neutralität bedeutet, dieses Land zu schützen. Vor den Interessen anderer, vor den Konflikten anderer, vor der Aggression anderer, vor der Unfähigkeit anderer, unsere Werte zu respektieren. Unsere Verfassung dient den Menschen, nicht der Regierung, gegen die Menschen zu agieren. Das haben wir die letzten Jahre viel zu oft erlebt. Das ausgerechnet die Regierung. Ein Großteil der Parteien, unsere Gesetze dazu missbrauchten, um die Werte und damit die Identität auf vielen Ebenen des Landes zu zerstören. Wir müssen dagegenhalten. Wir als Bürger müssen unsere Verfassung, unsere Gesetze, unsere Heimat und damit unsere Neutralität vor jenen schützen, die ihre Funktionen nur zum Selbstzweck haben, die sie missbrauchen. Wir können doch stolz sein. Wir sind doch stark. Die Österreicherinnen und Österreicher machen dieses Land stark und lassen uns auch schwierige Zeiten überstehen. Jene, die täglich ihrer Aufgabe im Beruf, in Familie, in Vereinen, in der Gesellschaft nachkommen. Jene, die dieses Österreich weiterbauen, weil sie sich ehrenamtlich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Jene, die uns täglich schützen, uns retten, uns pflegen. Die für Recht und Ordnung und die Wahrung der Werte einer offenen Gesellschaft sorgen. Denen haben wir am heutigen Tag aus tiefstem Herzen zu danken. Denn ohne sie wäre Österreich ein leerer Landstrich. Und diesen sage ich heute einmal mehr, wo ich stehe. Bedienungslos an der Seite Österreichs. Wie Millionen weiterer Landsleute. Ich wünsche einen schönen und vor allem stolzen Nationalfeiertag 2023.